Adam Peter Saunders ist ein australischer Schauspieler. Leben Adam Saunders studierte an der Brent Street School of Performing Arts unter der Leitung von Robi Krupski. Weiterhin lernte er bei der Sydney Talent Company und absolvierte das Australia College of Entertainment. Danach hatte Saunders zahlreiche Auftritte in TV-Serien wie Home and Away und A Potato Factory, wobei ihm jedoch vor allem seine Rolle als Heath Carol in Blue Water High internationale Bekanntheit einbrachte. Saunders spielte außerdem regelmäßig in TV-Werbespots und war Model für einige Kataloge. Filmografie 2000 The Potato Factory 2000 Water Rats Die Hafenkops 2002 Alzeins 2005 Home and Away 2005-2006 Blue Water High 2007 McLeuds Töchter 2010 Dance Academy